Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf BVB Insight zu den aktuellen News rund um Borussia Dortmund. Der BVB versucht offenbar alles, um Nico Schulz zum Abgang zu bewegen. Denn wie die Ruhr-Nachrichten berichten, soll linke Verteidiger am Freitag nicht mit dem Team ins Trainingslager nach Bad Ragaz fliegen dürfen und somit aus dem Kader geschmissen werden. Edin Terzic sagte dazu, auch Nico kennt seine Situation. Schulz müsste dann entweder mit der U23, sprich der zweiten Mannschaft, trainieren oder sogar alleine individuell. Und damit gibt es natürlich auch nicht die Chance, sich nochmal bei Edin Terzic aufzudrängen. Der Lokalzeitung zufolge will die Borussia so den Druck auf den Linksfuß erhöhen, der noch einen Vertrag bis 2024 bei Dortmund besitzt. Aufgrund des extrem hohen Gehalts von 8 Millionen gehört er zu den Topverdienern, kommt aber sportlich. Ja, seit Beginn an, nie über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Und deswegen ist klar, würde Dortmund Schulz sehr, sehr gerne abgeben, das Gehalt einsparen und auf der Position nochmal nachlegen. Schulz selbst soll sich nach den klaren Ansagen der Klubbosse nur mit einem Wechsel erst recht beschäftigen. Problem an der ganzen Geschichte ist, und das bringt eben auch Dortmund nicht weiter aufgrund der ganzen Dinge, die jetzt vorgefallen sind. Es gibt kein konkretes Interesse, zumindest Stand jetzt hat noch kein Verein dieses signalisiert. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball.